hallo und herzlich willkommen zum heutigen unboxing heute haben wir für euch die gebüsch box von mcbomba alle weiteren informationen zu diesem album der tracklist und dem boxinhalt sowie natürlich auch die links zum album und zur box findet ihr wie immer unter diesem video in der video beschreibung gebüsch von mcbomba es ist sein zweites album und wir werden das ganze mal aus der folie holen und dann im detail ansehen so am besten wahrscheinlich hier an der seite zu öffnen es gab hier diverse releases schon von mcbomba aber album tatsächlich erst zwei dieses eben das zweite dieses eben auch in box fahrmaschinen so sieht die box dann aus wir haben hier eine relativ flache box in weiß und schwarz gehalten wir haben hier einmal groß den schrift zu den schriftzug in so altdeutscher schrift gebüsch oben lesen wir noch mcbomba und dann haben wir hier wilde szenen also sieht nach einer heftigen kneipen schlägerei aus jetzt wirklich jeder involviert die polizei wortschen schwalben alle möglichen herren und frauen hier am kämpfen ja der eine schlägt der andere kassiert der eine oder andere zieht also hier ist wirklich jeder involviert und das spannende ist die frage ob man das lesen kann hier in dem türrahmen hinter der tür lesen wir hier ganz klein mach one der ja das cover hier designt hat beziehungsweise diese zeichnung ja angefertigt hat schön gemacht diese wilde kneipen schlägerei zieht sich hier an den seiten noch durch auf der rückseite haben wir die inhaltsliste der box und zwar lesen wir hier oben mcbomba boxinhalt vinyl album cd top story tape 2 instrumental cd t shirt original brocken erde stickerbogen poster und individueller fotostreifen dann haben wir noch die credits zum album und einen barcode das ganze ja über proletik erschienen das label von frauenarzt bei dem bomber ja unter vertrag ist und die box nicht wie üblich regulär über amazon erhältlich sondern in dem fall über hhv gut der box deckel von ihnen weiß wir mal zum inhalt wir haben hier einmal das t shirt den individuellen fotostreifen brocken erde das top story tape 2 die instrumentals zum album das album an sich einen riesengroßen stickerbogen ein poster und eine vinyl edition des albums von ihnen die box glatt in weiß das ganze mal wieder dazu und dann starten wir wie immer mit dem album was schön ist dass wirklich nichts in plastik eingeschweißt eingepackt ist außer eben dieser brocken erde das ist auch gut so zudem kommen wir dann natürlich noch so sieht das album aus das album cover sowie auch das box cover allerdings hier in farbe an der seite lesen wir mcbomba gebüsch die kneipenschlägerei dann lesen wir hier wenn es mal scharf stellt mcbomba gebüsch und dann haben wir hier die tracklist wir haben features von tiger mxm pöbel mc dcv dns und karate andy so sieht das ganze aus wenn ihr einmal die cd in silber also es spiegelt ja fast genauso wie die rückseite mcbomba gebüsch hier in rot zu lesen hier haben wir wieder die leichte dame die an der kneipenschlägerei beteiligt war oder zumindest auf dem tresen stand dann kommen wir zum booklet wir haben hier einmal ok das dürfte noch mal das dickerbogen ist ein abgebildet dann eine abbildung von mcbomba und hier wieder diverse fotos plus szenen der kneipenschlägerei diese fotostreifen und privat aufnahmen ok also unübliches booklet normalerweise hat man dann hier irgendwie die tracks einzeln aufgeschlüsselt mit den infos wer war beteiligt wer den beat produziert et cetera oh family guy hat es auch ins booklet geschafft ok hier zum abschluss haben wir noch die infos die ich gemeint hatte wer war auf den tracks beteiligt wer hat den beat produziert et cetera und dann haben wir zum abschluss noch diese wunderbare abbildung hier die wir auch noch auf dem poster vorfinden werden ok dann haben wir die instrumentals zum album diese kommen in einem digi sleeve in so einer papphülle instrumental und dann haben wir hier die kneipenschlägerei allerdings so ein bisschen ja wie mit wasserfarben oder aquarell bisschen verwischt das ganze die dame hat hier auch anscheinend gar nichts mehr an so sieht instrumental cd aus auch hier wieder zwei protagonisten der kneipenschlägerei die cd in weiß gehalten mit rotem aufdruck kommt in einer papphülle dann haben wir eine weitere papphülle und zwar das top story tape 2 wildes cover mcbomba bären engelsflügel adler blitze aus den augen feuer also wie man es von so alten mcbomber tape covers kennt auch hier haben wir features von rocco weißensee ggb schacke pilskills ggb und nochmals tiger also sieben tracks an der zahl die cd ähnlich wie auch schon das cover was haben wir hier sieht aus wie so ein atomkraftwerk ansammlung zwei engel mit geigen also richtig trashiges cover ebenfalls im digi sleeve dann haben wir einmal diesen fotostreifen der war wirklich pro box individuell also der ist einzigartig da hat jeder einen anderen erwischt meiner in dem fall mit diesen vier bildern hier dann haben wir den sticker bogen und das gute ist jede einzelne dieser figuren oder dieser sticker ist wirklich einzeln also das ist nicht ein großer sticker sondern das ist wirklich jedes format einzeln jede figur einzeln rauszulösen gefällt mir gut sehr schön da kann man die kneipenschlägerei dann nochmal irgendwie individuell zusammenstellen dann haben wir ein poster auf der einen seite haben wir wieder diese kneipenschlägerei oben lesen wir mcbomber gebüsch darunter dann die krone und der politik schriftzug das poster im hochformat und auf der rückseite ja ich weiß nicht was ich zu diesem bild sagen soll also wir haben hier auf jeden fall die fresse von mcbomber aber ich frage mich bis heute ich habe das damals im mcbomber unboxing auch schon gesehen als er die box zum ersten mal vorgestellt hat bis jetzt frage ich mich was das hier darstellen soll also ja es sieht irgendwie ein bisschen aus wie ein riesengroßer hintern aus dem hier der kopf von und der hals von mcbomber wächst aber ich bin mir nicht sicher ich weiß es echt nicht was das darstellen soll falls irgendwie ideen oder interpretationen habt schreibt sie mir gerne in die kommentare ja also wenn ich das poster aufhängen würde dann definitiv diese seite hier dann haben wir einen brocken erde und zwar stammt dieser von der tollen brocken expedition mcbomber war ja da tag und nacht unterwegs um den brocken berg eben im hart glaube ich zu besteigen um jeder box einen wunderbaren beutel an erde beizulegen ja riecht auf jeden fall nach erde und nach erdigem boden etwas feucht kommt hier in seinem plastikbeutel druckverschlussbeutel ein andenken eben an diese schöne brocken expedition die man natürlich auch auf youtube findet bevor wir zum t-shirt kommen schauen wir uns noch kurz die vinyl an vom cover her genauso wir schon das album an sich gebüsch so sieht das aus auf der rückseite haben wir dann die tracks verteilt auf a und b seite credits und barcode hier unten so die vinyl kommt in so einer papier schutzhülle und die vinyl an sich dann klassisch in schwarz gehalten wir haben hier wieder figuren der kneipenschlägerei und dann haben wir die tracks aufgelistet in der mitte die sich auf dieser seite befinden also das in dem fall die a seite und dann haben wir hier auch wieder figuren der schlägerei und dann in dem fall die b seite die weiteren tracks gut freut mich sehr dass es eine vinyl in die box geschafft hat generell immer eine schöne sache als boxinhalt so eine vinyl gefällt mir gut auch wenn ich sie gerade nicht wieder in die verpackung bekomme irgendwie stelle ich mich gerade unfähig an so aber jetzt ist da noch was drin so schöne vinyl und als letzten boxinhalt haben wir dann noch wie so oft ein shirt und wie sollte es anders sein dieses schwert natürlich auch wieder mit der schlägerei mit den wilden szenen aus der kneipe wir lesen hier oben wieder msi bomba gebüsch ansonsten das t shirt glatt weiß neck print haben wir keinen und wir haben es zu tun mit einem gilden heavy cotton in der größe l 100% baumwolle und made in nicaragua grüße gehen raus wir schauen uns das ganze noch mal kurz im detail an und so sieht das ganze dann getragen aus als wir haben hier oben in schwarz mc bomber stehen darunter dann mittig gebüsch und hier in dieser quadratischen form riesengroß noch diese wilden szenen hier aus der kneipe diese kneifenschlägerei in weiß und schwarz relativ schlicht gehalten aber ich muss ehrlich sagen gefällt mir richtig gut das shirt weil es einfach dass das motiv als diese schlägerei an sich hat auf jeden fall was da gibt es eine menge zu sehen und auch in meinen augen ein gelungener kontrast diese comics szenen auf der einen seite also diese schlägerei und dann hier diese altdeutsche schrift gebüsch und mc bomber hat auf jeden fall was und kann man in meinen augen gut tragen und zum abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen was hier alles in der box befindet einmal das eben gezeigte t-shirt in der größe l die vinyl edition des albums gebüsch das poster beidseitig bedruckt einmal im querformat einmal im hochformat der individuelle fotostreifen das top story 2 tape die album instrumentals der riesen sticker bogen der barocken erde in diesem druckverschluss beutel und natürlich das album an sich das alles in dieser wunderbaren box meines wissens auf 1500 stück limitiert gewesen das ganze mich würde natürlich interessieren was haltet ihr von dem album beziehungsweise der box schreibt es in die kommentare und wenn ihr die musik feiert falls ihr mc bomber unterstützen möchtet dann findet ihr die links dazu unter diesem video in der video beschreibung das war's für heute bis zum nächsten unboxing passt auf ciao